Da und noch mit dabei die nächsten Starter, die bereitstehen, kann Yvonne Holz sich durchsetzen, kann sie anziehen ins 4. Finale, das ist die große Frage. Hier am heutigen Tage auf der Außenbahn, der kleine Blaue mit der smarten Blondin, sie bekommt die Flagge, GND Racing hat den besten Start. Das wird jetzt noch einmal mit dem Fahrzeug abgesetzt, da bin ich mal gespannt, ob da jetzt noch was geht. Die Blue Team ist hier auf der Laufbahn, der Laufbahn ist aufwärts hoch, die Doppelflagge geht raus. Die Doppelflagge geht raus, die Doppelflagge geht raus, die Doppelflagge geht raus, die Doppelflagge geht raus, die Doppelflagge geht raus. Auf und raus! Doppelflagge geht raus, dass der Btag ist. Meine Mutter weg! Sie sind auf der 2, total normal über uns noch auf der 3, D&T Racer auf der 4 und Yvonne Holz holt sich tatsächlich noch den 5. Platz für die Blue Tanks und es damit ebenfalls in der nächsten Rückkehr.